Ich habe nämlich hier einen Seitensitz und diesen Seitensitz kann ich auch als fünften Sitzplatz umrüsten lassen. Ganz toll, das ist halt nicht bei jedem Fahrzeug wirklich Standard. Wir haben hier die Klima-Plux-Elemente drin. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf GYMA TV. Ich stehe heute mal wieder vor einem Sunlight. Vergangene Woche haben wir euch den Sunlight T66 gezeigt, heute den T65, also auch ein unter 7 Meter Fahrzeug. Der ist 6 Zentimeter länger, also 6,96 Meter. Aber der hat einige spannende Sachen hier im Grundriss drin. Unter anderem eine sehr gut aufgeteilte Sitzgruppe, getrenntes Bad, also Dusche und Toilette separat und noch ein Hubbett obendrauf. Das heißt, für vier Personen Platz da drin. Viel Spaß mit dem Video und jetzt zeigt euch der Josch erstmal ein paar Highlights. Bis zum nächsten Mal. Vorab freut es uns natürlich, wenn ihr uns wissen lasst, was ihr vom T65 haltet. Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen und natürlich an der Stelle auch gerne ein Abo dalassen oder vielleicht schon den einen oder anderen Like. Ich hoffe, euch haben die Highlights gefallen. Wir kommen einfach mal kurz zu den technischen Daten. Wir haben hier eine Länge von 6,96 Meter, eine Breite von 2,32 Meter und eine Höhe von 2,19 Meter. Technisch zulässige Gesamtmasse sind die 3,5 Tonnen. Und so wie wir das Fahrzeug hier ausgestattet haben, also man kann es ungefähr sehen, wir gehen das gleich nochmal durch, landen wir bei einer Zuladung von circa 520 Kilo. Also das Fahrzeug ist gut ausgestattet. Ihr seht eine Markise, wir haben hinten dran noch einen Fahrradträger und trotzdem noch 517 Kilo Zuladung. Ist natürlich gerade für Familien mit vier Personen sehr, sehr entgegenkommend, sage ich jetzt mal. Gehen wir es mal durch. Wir haben jetzt hier noch ein 21er Modell stehen. Was hat sich zum 22er Modell geändert? Eigentlich nicht viel, außer eine neue T-Haube, die meines Erachtens noch wirklich schön aussieht, ein bisschen markanter. Das sehen wir da hinten im T-68 Adventure Edition, aber der Josch blendet es euch einfach mal kurz ein. Und die Preise haben sich erhöht und das nicht wenig, denn wir landen jetzt bei dem 22er Modell ja bei einem Grundpreis von 48.999. Also das sind nochmal knappe 4.200 Euro on top. Das wäre rein theoretisch eine Preiserhöhung von 10 Prozent. Aber wir haben dafür mehr Serienausstattung drin und es gibt nicht mehr das klassische Chassis-Paket, sondern es gibt nur noch das Basic-Paket. Und das Basic-Paket gibt es dann für 2.000 Euro und das Chassis-Paket, was hier 2.500 Euro kostet, und das Basic-Paket von damals, also vom 21er Modelljahr, wird dann praktisch zusammengefasst. Ein Teil ging in die Serienausstattung und ein Teil eben in das neue Basic-Paket. Heißt also, wenn wir das Fahrzeug fahrfertig machen und auch gegebenenfalls ausstatten, dann schlägt diese Preiserhöhung natürlich nicht so zu Buche. Aber trotzdem ist es ein Wort. Ich habe mir an der Stelle auch mal ganz interessant, ich habe mir das Fahrzeug vorher mal durchkonfiguriert und habe es mal wirklich voll ausgestattet mit Automatik, mit 160 PS, mit Chassis-Paket, mit Style-Paket, alle möglichen drum und dran. Da landen wir bei, also geht es ab 70.000 Euro los. Wenn ihr wirklich eine nahezu Vollausstattung drin habt, könnt ihr aber zwischen 70.000 und 75.000 Euro dann landen. Das mal zur Einordnung ist natürlich trotzdem noch für einen Teil integrierten, wenn man mal alle Preiserhöhungen betrachtet, wirklich guter Preis und vor allem, was der eigentlich alles kann. Das ist sehr interessant, das schauen wir uns dann aber gleich nochmal von drinnen an. Wir gehen jetzt erstmal ums Fahrzeug herum, so wie wir es immer machen, denn für denjenigen, der vielleicht noch nicht auf unserem Kanal war und noch keinen Sunlight gesehen hat, ist es vielleicht trotzdem mal interessant, aufs Außendesign einzugehen. Wir haben im 22. Modell ja auch keine Änderungen zum Außendesign an für sich. Wir haben nur die Möglichkeit, ein Adventure-Line-Paket mit dazu zu buchen. Das ist ein bisschen günstiger, es kostet nur 2.000 Euro und diese ganzen Gimmicks, diese ganzen Sonderausstattungen sind dann zwar nicht dabei, aber hat eben dieses Adventure-Aussehen. Ja, also schwarz, schwarz-matt, grau, so ein bisschen abgesetzt, alles, sag mal, einfarbig. Aber hier in der klassischen Version, oder wenn wir kein Adventure-Paket dazu haben, haben wir den klassischen roten Streifen von Sunlight hier. Dieses Anthrazit-Grau und man kann dann noch trotzdem noch die zusätzlichen Alufelgen von Fiat dann dazu bestellen. Wie schon gesagt, was sich Design-Tisch nicht vor allem geändert hat, war dann die T-Haube. Die sieht jetzt anders aus. So, dann haben wir hier unsere zweite Stauraumklappe auf der linken Seite. Das ist Sonderausstattung. Von Modell zu Modell unterschiedlich. Messe ich jetzt gerade mal schnell aus. Das Klappenmaß von circa, ja, was sind das, 65 Zentimeter mal 75 circa, ne? Wie gesagt, das alterniert dann eben von Modell zu Modell. Dann haben wir hinten unseren Fahrradträger in Silber, sag ich jetzt mal. Das ist natürlich dann, wenn wir die Adventure-Line haben, in matt-schwarz kommt er dann. Das sieht dann natürlich auch schick aus. Die größere Klappe ist hier auf der rechten Seite. Die sitzt auch nicht ganz so breit. Also, die müsste ähnlich breit sein wie auf der linken Seite. Messen wir natürlich aus. Wir haben hier wieder unsere 65 Zentimeter und von der Höhe sind wir jetzt hier bei 1,10 Meter Klappenmaß. Aber wirklich, wenn man das Gummi noch abzieht, sind wir bei circa 1,05 Meter, konservativ gerechnet. Also auch eine gute Höhe, wo ich auch locker meine Fahrräder dann mit reinbekomme. Natürlich ist der jetzt nicht so breit. Das liegt einfach an der Länge. Mit 6,96 Meter ist da einfach nicht mehr so viel Platz für die Garage dann hinten. Mache ich das Ganze mal wieder zu. Dann schauen wir uns den Gaskasten mal an. Wir haben jetzt hier 2 x 11 Kilo Gasflaschen, die schön hintereinander passen. Da ist jetzt ein bisschen Gruß drin. Aber haben auch eine ganz gute Höhe. Also, wenn ich die hochhebe, kriege ich die da schön hinten rein. Gesetzt zusätzlich. Gut. Toilettenkassette, da will ich jetzt nicht ins Detail gehen. Das sollte bekannt sein. Und dann haben wir hier schon den Kühlschrank sitzen. Aber von der rechten Seite natürlich auch kein anderes Bild. Der Stromanschluss ist jetzt nur hier unüblicherweise auf der vorderen Seite. Aber wir fackeln gar nicht lange rum. Das ist mein Lieblingsversprecher. Wir gehen jetzt einfach mal rein ins Fahrzeug und schauen uns das drinnen an. Denn da wird es natürlich dann wie immer richtig interessant. Fangen wir mal hier in der Sitzbank an. Ihr seht schon, ich stehe hier leicht schräg. Denn das ist tatsächlich auch ein großer Kritikpunkt. Wir haben hier unter dem Hubbett, was sich über mir befindet, eine geringe Stehhöhe. Das kommt natürlich auch dadurch zustande, dass wir hier noch eine zusätzliche Stufe haben. Die hat zwar einen Vorteil, nämlich die Stauklappe hier. Da kann man nochmal gut was reinstellen. Aber ansonsten nimmt es mir einfach die nötige Stehhöhe weg. Das heißt, hier zu stehen ist relativ unbequem für, sage ich jetzt mal, große Menschen. Und ich möchte jetzt einfach mal wissen, wie viel Stehhöhe wir tatsächlich hier haben. Ich weiß nicht, ob man es lesen kann. Hier sind wir jetzt bei circa 1,98 Meter. Wenn wir dann also, also circa 1,90 Meter sagen wir jetzt mal, wenn wir dann also hier noch die 10 Zentimeter wegnehmen, dann haben wir hier nur 1,80 Meter Stehhöhe und das ist natürlich relativ gering. Wohingegen, wenn ich dann hier stehe, dann geht es gerade noch so mit 1,90 Meter und vorne haben wir dann nochmal deutlich mehr. Also hier oben, da sind nochmal locker 20 bis 30 Zentimeter Platz, da haben wir dann mehr. Das ist halt eben, wie schon gesagt, ein großer Kritikpunkt am Sunlight. Aber trotzdem, die Sitzgruppe hat auch Vorteile, denn sie ist für die Größe des Fahrzeugs sehr großzügig. Ja, ich habe nämlich hier einen Seitensitz und diesen Seitensitz kann ich auch als fünften Sitzplatz umrüsten lassen. Also praktisch in diese Richtung gegen die Fahrtrichtung kann dann noch jemand sitzen. Somit kann ich hier einen fünften Sitzplatz draus machen, kann fünf Personen mitnehmen. Wenn ich dann noch den Bettumbau habe in der Sitzgruppe, kann ich, wenn eine kleinere Person mitfährt, da halt wirklich mit fünf Personen in Urlaub fahren. Und das für ein 7 Meter Fahrzeug ist wirklich außergewöhnlich, sage ich jetzt mal. Die Sitzgruppe hier, setze ich mich mal rein, finde ich bei Sunlight immer gut. Wir haben, ich habe es beim T66 schon erwähnt, immer eine gute Sitztiefe bei den Sunlight Fahrzeugen. Es ist relativ geräumig, also wie gesagt, für die Größe zu sprechen aufs Fahrzeug. Und klar, der Tisch ist jetzt hier in Anführungszeichen nur eingehängt. Wir haben unten hier noch eine Steckdose, falls jemand interessiert. Der Vorteil ist auf der einen Seite, ich kann den Tisch rausnehmen, kann den einfach woanders hinstellen, wenn ich ein bisschen den Freiräum haben möchte. Der Nachteil ist natürlich, ist ein bisschen klapprig, sage ich jetzt mal. Aber wie schon gesagt, wir sind hier in der Einsteigerklasse. Polster haben wir hier in Maui Beach. Ihr seht natürlich vom Dekor aus bei Sunlight hat sich da auch nichts geändert. Hier in dem Grafit-Look sozusagen. Und wenn ich das Adventure-Line-Paket dazu nehme, dann kommt auch die Wohnwelt-Adventure sozusagen. Der Unterschied zum Maui Beach ist einfach, dass wir hier so eine dunklere Kunstleder-Optik haben. Oder ein dunkleres Kunstleder hier mit Weiß abgesetzt und dann hier nochmal zusätzlich so ein Stoff. Das ist Serie, was man noch auswählen kann, wäre der Stoff Macadamia. Das wäre dann so ein karierter Stoff zusätzlich. Zum Fahrerhaus, den Fiat, den kennen wir jetzt schon. Da ist jetzt noch der 7er Ducato drin. Da kommt natürlich dann auch mit dem 8er. Wir haben hier zusätzlich nochmal relativ viel Platz. Teehaubenfenster ist auch mit dabei. Das heißt, da kommt viel Licht rein. Und dann hier vorne ganz klassisch unsere Ablagefläche. Der Vorhang hier, das ist beim Modelljahr 22 auch neu. Der ist optional. Also man kann optional eine Faltverdunklung dazu wählen. Und das wäre dann sozusagen der Serienzustand. Also haben sich viele darüber beschwert. Sunlight hat es umgesetzt. Und jetzt eben auch mit Faltverdunklung. So, was ich natürlich eingangs erwähnt hatte. Der große Vorteil von dem Fahrzeug, es hat ein Hubbett. Das machen wir jetzt einfach mal runter. Relativ simple Methode. Und ganz toll. Das ist halt nicht bei jedem Fahrzeug wirklich Standard. Wir haben hier die Klima-Plux-Elemente drin. Also nochmal das Zusatz an Schlafkomfort. Die Matratzen dicke. Ja, es ist jetzt nicht so dick. Aber wie gesagt, für ein Hubbett ist das in der Branche nochmal ein sehr großer Pluspunkt. Denn selbst Hersteller, die über Sunlight liegen, haben da beispielsweise gar nichts drinliegen. Oder halt nur so eine Schaummatte, sage ich jetzt mal. Die Leiter da zusätzlich noch eingeklemmt. Die Maße davon, die findet ihr in den technischen Daten. Aber hat auf jeden Fall Platz für zwei Personen. Und da könnt ihr schon gut drin schlafen, sage ich jetzt mal. Kommt natürlich immer auf das Individuum an, wie das dann von jeder Person zu Person unterschiedlich ist. Wir haben jetzt hier eine L-Küche. Die ist relativ groß, sage ich jetzt mal. Also in Anführungszeichen wieder gesetzt, wenn man sich die Gesamtgröße vom Fahrzeug betrachtet. Bei Sunlight, was sie immer gut machen, wir haben hinten schön Ablagefläche. Das heißt, da können wir noch gut was hinstellen. Ich sage immer das Stichwort Kaffeemaschine. Und dann haben wir hier noch unsere beleuchtete Küchenrückwand. Ansonsten haben wir ganz klassisch unser Waschbecken und unseren Treiflammkocher bei Sunlight. Auch serienmäßig mit dem Gusseisen. Gefällt mir wirklich gut. Also es macht was her. Und das ist auch ein bisschen robuster. Und es ist ein Teil. Also wenn ich jetzt hier was rausnehme, haben wir ein stabiles Teil, das ich auch mal ein bisschen beanspruchen kann. Vom Stauraum her haben wir hier mehrere Klappen natürlich. Die gewölbten. Da passt auch gut was rein. Es sind relativ einfache Verschlüsse. Wie gesagt, wir sind ja im Einsteigersegment. Hier auch in der Küche. Es wird natürlich alles entsprechend ausgenutzt. Wir haben jetzt hier zum Beispiel unter dem Kühlschrank noch ganz, ganz viel Platz. Das ist jetzt die Standardausführung. Es gibt den Kühlschrank dann aber auch noch in groß mit 142 Liter. Ist optional. Und dann kann ich da auch einen Backofen noch mit dazu machen. Oben in den Tower dann rein. Und falls ihr euch gefragt habt, wo der Fernseher dann ist, das wäre dann beispielsweise hier ein Platz zum rausziehen. Gibt es dann bei Sunlight auch nochmal optional, beziehungsweise beim Händler vor Ort dann so viel zur Küche. Kommen wir mal ins Bad. Ich laufe gerade schnell an euch vorbei. Denn das ist auch eine Besonderheit beim T65. Wir haben eine separate Dusche und eine separate Toilette. Und ich kann das Ganze dann hier zu einem kompletten Badraum abschließen. Und für ein 6,96 Meter Fahrzeug ist der Grundtourist dann schon doch nochmal etwas außergewöhnlich. Hier oben haben wir jetzt zum Beispiel auch einen großen Schrank. Da könnte man jetzt noch drüber nachdenken. Eine Stange hinzumachen und die Böden rauszumachen. Dann hätte man noch einen großen Kleiderschrank. Das wäre individuell auf jeden Fall möglich. Und dann hier eben unsere größere Dusche. So, ich gucke jetzt gleich mal. Ich mache jetzt hier das Brettchen mal raus und zeige euch mal, wie viel Platz ich hier drin habe. Denn auf der einen Seite, und das muss man wirklich Sunlight zugute halten, habe ich eine tolle Stehhöhe. Und durch die Form des Bades, das geht ein bisschen nach hinten, kann ich hier auch wirklich gut. Also habe ich jetzt wirklich nicht schlecht Platz. Das ist natürlich ein bisschen ein Gefuchtel, sage ich jetzt mal auf gut Deutsch. Aber relativ gut kann ich mich drehen. Und wie gesagt, ich habe eine separate Dusche. Also ich heißt, ich kann mich hier gut bewegen. Und vor allem über mir ist dann doch recht viel Platz. Ich weiß natürlich, ich weiß natürlich, es ist jetzt nicht für jedermann geeignet. Ja, das muss man einfach fairerweise sagen. Aber ich finde den Komfort hier jetzt für den Grundriss schon relativ hoch. Ich könnte mich da jetzt eigentlich ganz gut mit anfreunden. Mache ich das Ganze mal wieder zurück. Dann zeige ich euch einfach mal die Toilette. Dafür mache ich jetzt meinen Badraum einfach mal zu. Und ihr seht schon, Platz ist eigentlich genug da. Hier unten haben wir noch eine Bodenklappe, bevor ich es vergesse. Da haben wir wirklich gut Platz. Da ist zwar der Frostwächter drin, aber da habe ich jetzt wirklich nochmal gute 20 Zentimeter nach oben hin. Also da kann ich auch gut was reinladen dann. Dann eben hier die Toilette. Platz ist da. Ich mache es dir mal zu. Also es geht. Natürlich jetzt, wenn ich jetzt gerade mal dir das zeige, das ist natürlich ein bisschen beengter. Aber da habe ich jetzt ein bisschen ein Problem, dass ich rechts und links nicht so viel Platz habe. Aber ja, das ist halt einfach ein bisschen auch aufgrund der Größe des Fahrzeugs so. Und dann hier eben noch meine Armaturen. Ich habe hier noch ein kleines Schränklein. Da passt auch nochmal gut was rein. Gut, dann hätte ich gesagt, gehen wir noch auf die letzte Besonderheit ein, nämlich das Schlafzimmer. Da haben wir nämlich einmal hier diese Stufe, wo wir auch noch zusätzlich Stauraum drin haben. Vorteilhaft, sage ich jetzt mal. Und diese Stufe dient dann natürlich, um ins Schlafgemach zu kommen. Ich mache das jetzt einfach mal. Ich demonstriere das. Ich komme hier ganz gut hoch. Das ist mal interessant, was wir hier für eine Länge haben. Ja, also es müssten 1,90 Meter bis 2 Meter sein. Also ich glaube, 2 Meter müssten die breit sein. Technische Daten findet ihr dann natürlich wieder in der Videobeschreibung. Breite schätze ich jetzt mal 1,40 Meter. Aber messe ich das einfach mal aus. Wir haben hier vorne tatsächlich den 1,40 Meter. Und dann hier hinten am Eck ist dann 1,30 Meter. Also gute 10 Zentimeter dann weniger. 1,40 Meter sind eigentlich auch so die normalen Doppelbettmaße. Aber man muss schon sagen, natürlich gibt es da komfortablere Varianten mit den Einzelbetten. Wie gesagt, ist dann von der Größe her so zu betrachten. Wir haben hinten dann noch Stauraum mit unseren Klappen. Hier ist die Vorbereitung beispielsweise schon drin. Und natürlich, was Sunlight immer schön macht, jetzt auch seit kurzem mit viel indirekter Beleuchtung. Hier nochmal so einen Polsterstoff integriert, wo dann oben und unten noch indirekte Beleuchtung rauskommt. Macht das Ganze nochmal ein bisschen wohnlicher. Sieht echt schön aus. Und dann rechts und links, beziehungsweise nur rechts, dann noch zusätzlich Ablagefläche. Aber links haben wir dann beispielsweise ein Fenster drin. Sunlight-Modelle gibt es dann zum Beispiel auch optional mit Rahmenfenstern. Und hier hinten, um den Schlafbereich abzutrennen, können wir natürlich einerseits die Tür zumachen. Aber wenn ich jetzt den Schlafbereich von Toilette trennen möchte, dann wird es schwierig. Ich sage mal jetzt vom Rest des Fahrzeugs, denn ich habe hier einen Vorhang. Also keine Schiebetür, sondern hier wurde ein Vorhang integriert, der auch bis ganz durchgeht. Also der dichtet schon gut ab. Aber klar ist natürlich, dass ihr jetzt keine klassische Schiebetür habt, dass mal jemand in Ruhe jetzt einen Badraum zur Verfügung hat. Und er muss dann wirklich in die Tür reingehen und dann da drinnen verharren. Hier haben wir noch einen großen Kleiderschrank. Da passt wirklich viel rein. Also da geht es mal mit Sicherheit 1,50 Meter nach unten mindestens. Also da passt wirklich gut was rein. Kleiderstange ist dann auch oben dran. Also habt ihr auf jeden Fall Platz. Kommen wir also zum Fazit. Ich sitze jetzt hier schön unter dem Teehaubenfenster. Der T65 ist ein außergewöhnlicher Grundriss, zumindest von den Marken, die wir haben. Also Detlefs, Hümer, Niesmann und Bischof. Klar, da finden wir so einen Grundriss nicht. Heißt also mit einem Doppelbett hinten und auch die Raumaufteilung. Wir haben hier viele Vorteile. Man muss natürlich Abstriche machen. Das haben wir in den meisten Fahrzeugen so. Aber ich sage mal 6,96 Meter dann die großzügigere Sitzgruppe. Die Möglichkeit auch fünf Personen mitzunehmen. Auch wenn ihr das vielleicht gar nicht braucht. Aber es ist für den einen oder anderen vielleicht genau der Grundriss, wonach sie gesucht haben. Und dann trotzdem hinten noch getrenntes Bad mit getrennter Dusche oder separater Dusche. Das ist meines Erachtens ein großer Vorteil, weil ich kein großer Fan von den Duschvorhängen bin. Das Kombibad macht auch seinen Zweck. Spart dafür aber auch so ein bisschen Platz dann noch zusätzlich. Je nachdem, wie man Bad und Toilette kombiniert dann benutzen möchte. Vom Preis her, es hat sich natürlich viel geändert durch die Preiserhöhung aufs 22er Modelljahr. Das kann man nicht wegschweigen, wenn ihr das Fahrzeug aber gut ausstattet. Weil von der Sonderausstattung ist es größtenteils gleich geblieben. Dann relativiert sich das auch wieder. Aber trotzdem sind wir beim Sunlight bei einem sehr guten Preis. Ich habe es angesprochen, wenn man den voll ausstattet, landet man bei ca. 70.000 Euro. Da ist dann aber auch schon alles drin mit Automatik und 160 PS. Und hast du nicht gesehen. Also Preis-Leistungs-Verhältnis war bei Sunlight schon immer gut. Das ist auch Einsteiger-Variante, aber es hebt sich durch die Marke auch ein bisschen ab. Denn trotzdem finde ich, das dürft ihr uns natürlich dann auch gerne nochmal in den Kommentaren wissen lassen, ist auch designtechnisch gut was geboten. Man hat so das Nötigste drin. Also auch ein bisschen indirekte Beleuchtung, auch Wohnlichkeit. Kann man sich dann aber so zurecht machen, wie einem das dann selber gefällt. Ganz wichtig, zum Schluss noch ein Abo da lassen, dass ihr solche Videos nicht mehr verpasst. Einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Freut uns immer sehr, wenn ihr auch uns in den Kommentaren wissen lasst, wie euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns zum nächsten Mal wieder. Tschüssi! Tschüssi!